März 24 wird diese sechsteilige Serie im Ersten ausgestrahlt und steht bereits ab dem 20. März in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Unter der Regie von David Schalko und basierend auf den Drehbüchern von Daniel Kehlmann gestaltet die Serie eine faszinierende Reise durch Kafkas Leben, eingebettet in eine innovative Bildsprache und erzählerische Vielschichtigkeit.